Ja, schön, dass du zugeschaltet hast. Ich mache heute ein Weißfuss-Sandwich. Dazu habe ich ein Weißfuss und ich habe mir auch das Brot. Das habe ich mir noch dazu geholt und jetzt werde ich mal probieren wie es so fisch ist. Ich habe schon ein paar Füllstoffe drüber gesehen, das sah auch sehr lecker aus. Ich werde heute mal Weißfuss-Sandwich machen und in kurzem werde ich auch ein Weißfuss-Bürger geben. Das haben wir auch schon vorgenommen. Ich tue jetzt in den Topf rein. So, ich mache den Herd mal an. Ja, ich würde sagen, das dauert noch ein paar Minuten. Der süße Senf darf auch nicht frieren. Ich werde sagen, dass die Weißfuss oder Weißfuss hätte ich sehr, sehr gerne. Und das hier den Weißfuss, schreibst du einfach in die Kommentare. Dann mache ich das hier erstmal auf. Ja, und ich pasche das in den Topf rein. Ja, in der Seite mache ich dann Duschhut in den Duschdach rein. Ja, in der Seite mache ich dann Duschhut in den Duschdach rein. So, Duschdach ist nun fertig. Ja, wenn ihr das auch machen wollt, ihr könnt auch Kautsalat dazunehmen, Zwiebeln. Ja, ich habe nur die Weißfuss und den süßen Senf. Und wenn ich dann einen Weißfuss-Burger mache, dann nehme ich dann auch viele Zwiebeln, Kautsalat. Und ich werde sagen, das ist bestimmt schon fertig, die Weißfuss. Ja. Ja. Okay. Das war's fürагnisch. So, das ist sehr heiß. Jetzt muss ich das klein schneiden. Jetzt nehmen wir die große Kehl. 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 Und dann 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 nehmen wir die große Kehl zu nehmen. Und dann können wir die große Te helmieren. Und dann nehmen wir die große Fehl. Und dann sehen wir die große Kehl zu machen. Und dann nehmen wir die große Kehl. wieder bei dem nächsten Video.